Ja, hallo, ich bin die Frau Viehmann und unterrichte an der Werner Kunst, Werken und Deutsch. Die Gestaltungsklasse, die wird zwei Stunden in Kunst unterrichtet und zwei Stunden in Werken unterrichtet und wir haben dafür die geeigneten Räumlichkeiten bei uns an der Schule. Das ist ein super ausgestatteter Kunstsaal und zwei Werkenräume, die mittlerweile auch sehr gut ausgestattet sind, auch mit neuen Werkbänken und da kann man in beiden Räumen kreativ arbeiten. In dieser Gestaltungsklasse entwickeln die Kinder ihre kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter und sie lernen, sich künstlerisch gestaltend mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und selbstständig zu arbeiten. Der Unterricht in Kunst und Werken fördert sowohl die Ausdauer als auch die Koordination sowie die Motorik und wer gerne zeichnet und malt, Spaß hat am kreativen Tun sowie neugierig ist, viele Techniken kennenzulernen. Der ist in der Gestaltungsklasse gut aufgehoben und wir freuen uns immer auf alle Schülerinnen und Schüler, die gerne gestalterisch mit ihren Händen arbeiten und kreative Ideen haben und deswegen sind wir immer ganz gespannt auf die Fünftklässler, die dann zu uns kommen und ihre Energie, die sie auch in diesem Bereich mitbringen. Das war's von mir aus schon. Vielen Dank Frau Fiebern und wir kommen zum nächsten Profil, denn möglicherweise ist das auch etwas für ihre Kinder. Wir haben ein Profil Theater und das wird meine Kollegin Frau Luxianz vorstellen.